Herzlich Willkommen, mein Name ist Ben. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Heute mache ich für euch Nuller Salat mit Fenke und Orangesauce. Einfach, schnell und lecker! So, wir können jetzt anfangen. Zuerst mache ich die Soße. Oranges, Bill ist das Beste. Und ein bisschen Reiben. Das gibt frischen Geschmack. Saft in Schüsse geben. Und Chitone Saft. Und Chitone Saft auch dazu. Und nochmal eine Mousse. Zuerst. Weiter geben die Senf. Ja, Consilu. Ein bisschen Süß, nicht ganz sauer. Ein bisschen Salz. Und Schwarz Pfeffer. Das Karp-Geperse. Olive Oil. Oh, so. Eine schöne Salatsauce ist fertig. Fränke kaufen ihr immer bei Bill. Das Beste. Geschmack ganz anders. Ganz feine, dünne Streifen schneiden. Ein bisschen Milchchen. Schnell in die Soße geben, so dass Pfänke nicht braun gehen. Weiter schneiden ich Oliver. Einfach abwieden. Alle Oliver in Schüsse geben. Weiter schneiden ich Oranges. Und lasse es stehen und schälen. Genau Messe in Weiß schneiden. Also, weiter in Hand nehmen. In diese Linie. Dreiecke schneiden. Also, Oranges Filet ist aus. Alle in Süße geben. Gekokt vor, von linker Nuller. Alle zusammenmischen. Ganz einfach. Ein bisschen Gläser. Ahla, eine schöne Teile ist fertig. Jetzt kann man es essen. Super. Fruittig frisch. Fein wütig. Schnell geht mal, oder? Also, wir werden dann wieder schauen, wie es anders machen. So. 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 So.